Hallo meine lieben Fußballfreunde und seid ihr ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Stabout. Wir sind hier wieder am Start und ich habe heute irgendwie vielleicht etwas vor, was tödlich ist. Ähm, deswegen werde ich, nein, nein, so, deswegen werde ich, was, Water, a measure of cool, clear water. Alles klar. So, ich werde hier nochmal eben die Bäume fällen, gehe dann nach oben um ein paar Sachen wegzpacken und dann will ich gucken, was eine gewisse Sache für eine Auswirkung hat, weil ich das nicht weiß. Holz ist halt gut, weil wenn wir das hier halt alles vollhanzen und immer die Saplings bekommen und dann immer und immer wieder was machen, aber wir haben irgendwann ganz, ganz viel Holz. Oh, guck mal, Leather. Wir haben Leder. Wie geil ist das denn? Das würde ja Bushi sagen. Wie geil ist das denn? Ich muss zwischendurch nur auf meinem Handy schauen, weil es sagt, dass ich einen Angriff bekomme. Äh, but I don't know. So, mach ich erst mal eben, bis dahin esse sonst eben was hier, Boiled Rice. Mal eben, so. Mal ab. So. Oh, lol, das ist noch das Loch in meinem Haus. Okay, verdammt. Ähm, okay, pass auf. Äh, Cooked Poutry natürlich nicht. Ähm, so, was kann ich wegpacken? Copper Bar. Living Root packe ich weg. Plant Fibra lasse ich mal. Silver. Leather. Hä? Okay, hier kann man das nicht so aufteilen. Mach ich mal so dann, dass ich auf jeden Fall etwas dabei habe. Ähm, Spinning Wheel packe ich dann weg. Das lasse ich auf Zeppling. Ähm, Clay packe ich weg. Mud packe ich weg. Dirt lasse ich sonst. Okay. So. Wir wissen, was eine Sache für eine Auswirkung hat. Das war erste oder zweite Folge. Und, äh. Alter, Junge, wie viel Schaden machen die bitte? So. What the fuck? Äh. Hi. Deine Spuck wieder. Ja, genau da ist natürlich wieder so ein scheiß Viech. Vielleicht wir wissen, was das hier für eine Auswirkung hat. Okay. Seid ihr bereit? Was? Was? Wow. Wollte ich mich verarschen? Wollte ich mich verarschen? Dass hat nichts gemacht? da ist aber auch noch mal so eins was ist das? weil hier waren wir ja auch noch nicht muss man mal dazu sagen hier waren wir ja auch noch nicht muss man mal dazu sagen alter will ich mich verarschen das macht einfach mal nichts das finde ich ein bisschen traurig das finde ich wirklich traurig das finde ich wirklich traurig wenn man dann irgendwie so weiter unten ist ist das halt auch richtig blöd richtig blöd es wird nacht und ich hasse es wenn es nacht wird aber wir müssen auch mal dadurch ok was ist das da ok was ist das da ok was ist das da ok ach so jetzt auch wieder kohle ich sag mal kohle ist auch nicht schlecht ich habe mir zwar gewünscht keine Ahnung Eilen oder irgendwie so aber ich bin halt nicht ich wollte schon sagen das geht das weiß ich das geht das weiß ich ok 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 das war aber superiler als die letzten okay ich ja da muss das verscheiden ja 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 da und das sieht irgendwie richtig cool aus Ich kann Wasser mit dem! ja ja ich muss was essen warten sie doch bitte kurz heffy stone brick das ist auch nice äh hier hä hab ich halt nichts beim essen auch nice was ist das denn hier learn to craft chocolate wie geil ist das denn geil wir haben ein bisschen neues für unser ähm hier wie er ist für greift ihr mich an hier boah heftige sache au das hat weh hab ich noch bandagen das ist halt auch wichtig und halt vorsichtig ich will nicht unnötig sterben das ist das ist das ist das ist mein das ist was dann wir das ist so hier Wir können hier auch sehr viel mehr einbauen, Pixel, Cosmic Mask, Swallow and Dark, Alter! Solche Bäume kann man jetzt nicht, aber im Ernst, ernsthaft, ernsthaft? Solche großen Bäume kann man fällen, Alter! Was ist das denn hier? Dass man Wasser mitnehmen kann, ist irgendwie ultrageil einfach! Pixel, was ist das hier alles? Alter, was finden wir bitte alles? Das ist Kohle, okay! Hier waren wir halt noch gar nicht! Na, das ist so ein scheiß Viech! Plötzlich immer eine Fackel! Ähm, ich finde, wenn ich hier auch wieder sowas abbaue, obwohl, das haben wir abgebaut, oder? Weil dadurch erlernen wir ja vieles! Ja, das haben wir! Was ist hiermit? Weil ich sag mal, je mehr wir lernen, desto schlauer sind wir! Ja genau! Learn to craft small stone brick! Sag aber ja, du scheiß Viech! Was? 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 Schlag! Doch! Alter, der schlägt aber auch nicht immer! Der hat irgendwie so'n scheiß Cooldown! Äh, die Crafting! Doch! So! Und hier ist es eindeutig zu dunkel! Ja, Moin! 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 Schön, dass der da arbeitet! Aber hängt! Hier ist auch sehr, sehr viel Kohle! Und halt auch sehr viele Kisten! Ähm, kann man nicht immer alle öffnen! Hier ist aber auch wieder sehr viel Kohle! Also Kohle haben wir jetzt viel gefunden! Wir brauchen aber sehr, sehr viel mehr als Kohle! Ich muss mich halt jetzt damit beschäftigen, da ist jetzt meine Facecam drüber! Ähm, hier! Find the Archaic Energy Source! Das ist halt hier unsere Quest! Ähm, ne, die haben wir gemacht! Completed! Getting started! Hä? Hä? Ja! Das haben wir, hat man nicht! Dann komm ich mir auch noch in diese Couta! Ich muss jetzt auch mal gucken, wie man eine Spitzhacke oder so craftet, weil die ganze Zeit nur dieses Manipulator oder so zu nutzen ist halt auch ein bisschen öde! Und, ähm, da möchte ich halt auch, wenn es das ja halt gibt, die Spitzhacke eher nutzen! Dann ist auch noch ne Trubel! Komm, die hören wir uns auch noch! So! Erstmal nochmal das hier abbauen! Haha! Ich wusste nämlich, dass wir das doch nicht haben! Äh! Alter! Ja! Ich hasse diese Dinger! Ich hasse diese Dinger! Sie können einfach nichts! Du kannst mich nicht töten! Ja, boin! Guck mal, kann ich auch hier mitnehmen! Genauso wie das hier! Carrot & Juice! Carrot Juice! Ja, boin! Jawohl! Also, die Welt ist schon groß für unseren Anfangsplanet, muss man mal sagen! Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange geht die Folge! Ähm! Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange geht die Folge! Ähm! Okay! So, ihre Richtung! So, ihre Richtung! whaah! Guck mal, ich muss das sogar noch mal essen. Alter! Alter! Ich glaube die Folge geht doch schon lange. Deswegen, ich beende hier die Folge, mach gleich weiter. Für euch geht es übermorgen um 18 Uhr, dann weiter. Deshalb würde ich sagen, Anfang am 5. Tor. Ciao, Fussballfreude und bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.